Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe einen Anruf bekommen von einem Kollegen, dass es eine Schießerei gab hier bei uns im Kiosk und ich bin dann direkt hierher gefahren. Ich dachte erst einmal, dass mein Vater betroffen ist und mein kleiner Bruder. Die leiten eigentlich auch das Kiosk, also ich habe da eher weniger zu tun. Dann habe ich beide gesehen, aber natürlich, die waren entsetzt, haben geweint, alles drum dran. Also alle waren schockiert.